Der Adlerjunge sitzt geborgen im gemütlichen Nest der Mama. Pünktlich bringt sie Nahrung, er genießt von oben die wunderbare Aussicht, braucht sich um nichts zu kümmern und ist vor jedem Feind sicher. Komfortzone, Hotel Mama. Doch auf einmal macht sich die Adlermutter an dem Nest zu schaffen. Sie reißt Äste heraus und macht es immer ungemütlicher. Und plötzlich kommt sie zum Adlerjungen, schiebt ihn zum Rand des Nestes. Der Junge ist irritiert, versteht die Mutter nicht mehr und beginnt ängstlich zu piepsen. Unbeeindruckt wirft ihn die Adlermutter aus dem Nest und der Adlerjunge stürzt in die Tiefe. In Todesangst breitet er seine schwachen, flugunerprobten Flügel aus. Er versucht sich zu retten und begreift, dass er wohl auf einem Felsen zerschellen wird. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, taucht die Mutter unter dem Adlerjungen auf, fängt ihn einige Meter über dem Boden auf und bringt ihn auf ihren Flügeln tragend zurück ins Nest. Sobald der Kleine sich einigermaßen erholt hat, beginnt der Flugunterricht von Neuem, bis der junge Adler das kann, was seinem Wesen entspricht, fliegen. So wie der Adler seinen Nachwuchs aus dem komfortablen Nest herauswirft, so geht Gott manchmal auch mit uns Christen um. Er macht es uns in unseren Kirchen und Pfarrzentren, die immer leerer werden, ungemütlicher. Er wirft uns aus der Komfortzone heraus, in die wir uns vor Corona so gemütlich eingerichtet hatten. Uns vergeht Hören und Sehen. Wir flattern hilflos mit unseren bisherigen pastoralen Angeboten herum und fragen uns, wozu gibt es uns denn dann, wenn die Kirchen immer leerer werden? Was sollen wir denn bloß machen, wenn die Menschen nicht mehr zu uns kommen? Während wir voller Angst meinen, in die Bedeutungslosigkeit abzustürzen, kommt schon der Heilige Geist angesaust, fängt uns auf und raunt uns ins Herz. Deinem Wesen als Christen entspricht es nicht, im Nest zu hocken und zu warten, ob jemand vorbeikommt. Geh an die Orte, wo sich die Menschen treffen. Suche die Armen auf. Zeige ihnen durch kleine Zeichen, dass sie wertvoll sind. Sprich mit einfachen Worten zu ihrem Herzen. Erzähle deine Erfahrung, dass Gott wie ein Adler ist, der einen immer auffängt. Im Nachtgebet bete ich um Heiligen Geist, dass er uns auffängt und uns eine neue Form des Kircheseins beibringt. 22 Uhr, DOMRADIO.DE, dein Weihbischof Ansgar.